So, da sind wir auch schon wieder zu Let's Party Hard, nämlich mit dem Neon, nämlich mit der Neon Top Party. So, verschwinde da mal. Und wir können natürlich wieder nur unseren ganz normalen Heldin Psychopathen nehmen. Uh, schon wieder andere Musik. So, wo sind wir, wo sind wir? Ich muss mich zuerst mal suchen. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Ach, da oben bin ich. Da, okay. So, die Bohle vergiften. Da oben kommen wir nicht hin. Das ist anscheinend nur so... Oh. Was ist das da unten? Tanzbühne kaputt machen. Also, das ist heavy. So, jetzt müssen wir nur noch warten. Müssen wir eigentlich nur warten. Genau, bis die schwarzen, beide schwarzen Typen da hinten stehen, um hier den Motor zu starten, dass der Typ es überfahren wird. So, go, 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 yeah. Oh, wat, der untere... Hat nicht gezählt? Shit. An der Brüstung kann ich bestimmt jemanden umbringen, indem ich den da schubse. No. Menschen auf den Lüfter werfen? Man braucht einen. Oh, da oben, die wird verhaftet. Dann stehen hier in der... Richtig hier Waffen benutzen? Hab ich nicht. Cool, die eine wurde mitgenommen. Vorsicht. Achso. 68 Leute müssen wir umbringen. Jetzt kommen wir wieder neue, oder wat? Ne. Geh, mach dich Party. Shit, der eine Typ da. Shit, 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 shit. Komm, bitte seid zu alt für diesen Shit. Uff. Gut. Haut ab. Kommt doch mal her. Ich möchte hier einen runterwerfen. Gut, dass die Ambulanz... ...dat wohl egal ist, ob ich noch Leute umbringe oder nicht. Was haben wir denn hier? Wie ich Mörder? Nein. I'm not a Mörder. Ich tanze hier einfach nur. Interessiert mich nicht, was ihr da macht. Ich tanze hier einfach. Ich tanze hier einfach. Schubs, 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 schubs. Und weg ist er. So ist das also. In den Lüfter werfen. Was? Was hab ich denn noch mit zu tun? Der hinten, der... Ah, guck mal, der Schwarze wird verhaftet. Oh. Shit. Shit. No, 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 no. Shit. Go away. Go away. Ah, nein. Ich wollte gerade die Betäubungsbombe zünden. Naja. Äh, von Anfang bitte. Ah, das ist ein Schweda-Level. Weil man kann sich hier irgendwie nicht so richtig... Irgendwie verstecken oder so. Also. Wir müssen auf jeden Fall viel auf die Tanzfläche locken. So wie es wir jetzt zum Beispiel. Guckt euch mal an, wie viele da sind. So. Dann müssen wir noch dafür sorgen, dass genau die beiden Typisten überfahren werden. Ah, jetzt haben wir leider nur einen. So. Shit. Schnell ganz weit weg. Was? Ich bin doch nicht der Mörder. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich muss hier schnell weg. Da. Der fette Typ da ist der Mörder. Ich? Ich? Ich bin hier nur am Tanzen. Gut. Der eine Typ ist aber immer noch da. Da unten ist einer gestorben am Gift. Ah, shit. Shit. Nein. nein 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 ja bleib da hängen bleibt da hängens oh shit oh shit ahhh Nein ah wieso konnte der polizista und nicht hängen bleiben ich muss aufpassen wie gesagt so schnell wie möglich nach da unten damit ich die meisten hier aus schalten kann wenn sie da oben drauf sind swing das sind 31 gewesen. So. Muss ich natürlich dafür sorgen, dass ich die beiden da noch erwische. So. Perfekt. Jo. Gut. Wen kann ich denn anrufen, dass wer kommt? Hier. Also der Typ ist da. Leider. Wow. Den komplett falschen da umgebracht. Der Typ, den ich eigentlich bräuchte. Ja, der ist jetzt tot. Super. Ah, shit. Gut. Anfangen Kongo zu tanzen. Zeitung durchlesen. Okay, in Swords sind die Cleave Attacks. Oh, ich sehe. Wenn wir anfangen Kongo zu tanzen, kommen die auch. Geh weg. Shit. Okay, die habe ich weggeschmissen da. Den Typen würde ich jetzt auch gerne von der Brüstung schmeißen, ganz easy. Wow, hier alles ankommt, ne? Wer sind diese weißen Typen und weshalb treten die manchmal, die Leute? Das verstehe ich jetzt nicht. Wer ist der Mörder? Nicht ich. Nimm den Typen da mal mit. Ich habe gesehen, wie er jemanden umgebracht hat. Genau, nimm den mal mit. Und schnell weg da. Normalerweise könnte man den überall hier runter werfen. Wenn du da so weit laufen musst, nur um die da runter zu werfen, dann ist ja schon wieder eine Höhe. Wupp, runter mit dir. Na, der eine hat hier schon Schaden erlitten, woher weiß ich auch nicht. Aber egal. Ich freue mich immer noch, was das für eine Bombe ist eigentlich, die wir hier haben. So. Das haben wir auch schon mal erledigt. Die Beweise sind vernichtet. So, wir kommen langsam dem Ende zu. Gut. Das heißt, wir haben da nur noch die paar. So. So, da oben haben wir die, die da schläft. Können wir runterschmeißen. Genauso wie die eine, die da schläft. Die können wir auch runterschmeißen. Hat die immer so schreien müssen, ne? So. Das heißt, wenn wir den hier. Okay, dann sind nur noch ein paar da. Tö, 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 tö. Komm, tanzen wir mal. Es ist immer besser, wenn die Polizei kommt. Also den da unten, da. Ne? Soll die mal sich da mit dem unteren Ding da beschäftigen. Ich geh mal hier vorbei. Dachchenpolizist. Da oben. Die Leiche. Ich hab mich schon ganz der gewundert. Hä, welche Leiche will der denn nochmal? Zack. Und weg mit dir. Komm, die schmeißen wir hier oben rein. Gib mir Fleisch. Gib dir leckere Würstchen wieder unten in der Kantine. Tö, 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 tö. Hey. Hey. Hey, du da. Komm mal mit. So, komm mal mit. Wie immer du bist. Wie immer du bist. Oh, die ist am Schlafen. Die können wir da runter werfen. Und dann sind nur noch ein paar. Und dann sind nur noch ein paar. Komm mal mit. Wie immer du bist. Oh, die ist betrunken. Ganz vorsichtig hier und runter. Der DJ wieder als letzter. Ich würd gerne wissen, was meine Bombe macht. Ich hoffe, irgendeiner bewegt sie mal ein bisschen weiter hier weg. Haut mal ab hier. Genau. Ja, genau da. So, jetzt mal gucken, was die Bombe macht. Ausklinken. Ah, okay. Ich seh schon. Und fertig. Ach so. Die Stunt ihn nur. Okay. Und tanzen. Wow. Gar nicht so schlecht. So, wo gehen wir denn jetzt eigentlich hin zum Tanzen? Ha. Auf den einen Typen irgendwie. Neon Top Party. Ah, 6.100. Gar nicht so schlecht. Und dann. Es gab nichts. Monate und Monate von verdammt nichts. Nur frustrierend verdammt. Verdammt Silenz. Der Schaue hat durch unsere Leben geflogen. Und dann geflogen. Wie das gelbebeleutige Scheiße, das er ist. Herr West, bitte. Lass uns mit den Fakten verhalten. Was? Was? Was he was doing during this time? Damned if I know. Tell you what, though. Those months dragged and dragged. The papers wanted names. The papers wanted names. There was severe public unease. The police force was a laughing stock. You'd never guess that one single sicko could rip this country apart so badly. And then one day, out in the desert, there was an encounter. What kind of encounter? The guy driving late one night told us he nearly hit this guy who stepped down in the middle of the road. Apparently he didn't say much, although the driver was in shock, as you'd expect. He sort of just threw a flyer at the guy's feet. Said he needed help. Needed help? What kind of help? Said he needed a ride to a party on a boat. Oh, Ankündigung für den nächsten Level. Die gute alte Boat Party. Da. Deshalb, für einige Zeit ist nichts passiert, weil wir nach Texas hin mussten. Das ist natürlich wunderschön. Aber, wie gesagt, die Boat Party kommt im nächsten Part. Wir haben die Neon Top Party hinter uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.